Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Ray of Redemption, eine Wiederauferlegung des Klassikers Ping Pong. Liebe Leute, dieses Spiel macht Ping Pong alle Ehre und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und zwar werden Zipst und ich euch mal das Spiel vorführen. Viel Spaß beim Zuschauen. Round 1 1 Ok Jetzt ist es verwirrend, weil wir beide die gleichen Personen sind. Ja. Ja, das stimmt. Okay, mit wer bewegte ich jetzt? Aha. Wer bin ich denn jetzt? Ach so, ich bin blau. Ach so, das gibts. Oh, das ist mit einem Tor. Oh. Aha, okay. Jetzt muss ich den einfach so einsammen und jetzt mit links. Hey, warum hat der automatisch geflossen? Ich glaub, das geht automatisch, oder? aber muss man muss das schild vom anderen kaputt kriegen okay also kriegst dann immer schaden auf das schild und wenn es kaputt ist dann dann gewinne ich wahrscheinlich oder du je nachdem solle ich nicht schaffen das ist ungefähr so gut so okay man rechts geht um ein doch nein aufstreck ich mal und so dafür fällt dass ich das spiel nicht kann das kommt noch um mein gott aber man kann auch zu glück mehr so eine bestimmte anstieg was war das denn ich weiß nicht ich habe irgendwie fledermäuse geschossen wie hast du das gemacht ich weiß es nicht jetzt bin ich abgelehnt man kann auch nein ich hole auf nein warum bin ich überhaupt ins schild rein gesprungen wie machst du das mit dem fredermäuse ich bin mit schallpad gerade ja ich ja nicht deswegen wundere ich mich gerade man kann auch hüpfen ach der ball kann auch weiter oben fliegen aber man kann leider nicht springen im ball kann man nicht springen hat sich auch nicht bewegen ein sieg für mich ach so jetzt habe ich wieder zwei punkte verteilen okay ja ich auch jetzt und was passiert jetzt bleiben die löffel dann erhalten oder wie ist das also sind jetzt auf jeden fall andere sachen ja eben genau deswegen glaube ich dass wir jetzt level zwei sind oder so das ist ja schon das ist auch ein bisschen verwirrend ja das schon man hat selber auch leben und man kann jetzt auch sterben oder wie ist das ich weiß nicht also wenn man hilft verliert man ausdauer aber was dann passiert wenn man keine ausdauer mehr hat vielleicht okay also für bälle werfen muss man also man kann so kann man aus dem powerschlag irgendwie ja irgendwie wahrscheinlich schon der war heftig der war auch gut besser naja ob man das jetzt besser nennen kann ich mal dennoch ein tor bei mir rein ja genau richtig das ist das ist geil man kann sich ja nicht bewegen wenn man ein Schild hat, nein, ach so, das wusste ich gar nicht, oh nein, ich bin wieder da, ich bin noch mal schild, cool, macht bock, ja, die Lösung ist erlöst, okay, okay, du hast es gewonnen, oh, du hast es viel mehr Schar, alter, oh, 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 stimmt, uh, drei Glanzparaden bei dir und ich habe drei Paraden, ohne Glanz, also ich nehme jetzt den Ryunosuke, also ich will auch alle durchprobieren, den wollte ich zuerst spielen, jetzt kriege ich erst Korban, ach so, der ist gut, also der ist richtig krass, der ist voll schnell, also den hatte ich mit dem Deva eben gerade und der ist sauschnell, also wirklich krass, das finde ich ja gut, dann kann ich auch ein bisschen was halten, ja, wäre mal nicht schlecht, gell, ich glaube, das Spiel liegt mir, okay, was kann der Teleport, oh, das ist gut, also jetzt kann man auch den Ball lenken, oder wie, oder die Pugel, ja, er hat gesagt, irgendwie mit der Maus dann, okay, wer bin ich, hä, ich kann mich nicht bewegen, doch jetzt, oh, der ist etwas gemütlicher, ja, die ist krass, gell, ach du, zack, du kannst irgendwie so ein riesen Schild aufstellen, ich muss mal gucken, wie das geht, oh, jetzt, jetzt geht es aber ab hier, oh, wir können es jetzt langsam, oh, scheiße, oh, ja, alter Schwede, das ist ja richtig schnell, das Spiel, zack, nein, ja, scheiße, das ist ein bisschen schade, zwar nur 45, aber wenigstens etwas, ich glaube, ich habe ein bisschen gelernt, der kann ja voll schnell spielen, ja, der ist voll schnell, der hier wird auch jetzt bitterwarm, oh, shit, der ist aber weggelenkt, die Böse, nein, oh, jetzt ist es aber ein bisschen ausgeglichen, ja, das stimmt, oder nicht mehr, Achtung, der kommt hoch, ja, was sind diese Dinger hier, hier kann man sich so reinstellen, was war das jetzt, oh, ich habe jetzt so ein Megaschutzschild, ich kann das ja nicht mehr zerstören, ja, wahrscheinlich läuft das ab oder so, und ich habe das abgeschossen, zack, das wird echt böse von dir, oh, wie geil, da habe ich es drauf, ja, du hältst sie echt gut, oh, alter Schwede, warte, wenn ich mich jetzt hier rein stelle, was ist dann, was ist jetzt, ich weiß nicht ganz genau, was das ist, aha, okay, man muss da lang genug drinstehen, dann lädt sich da irgendwas auf, oh, jetzt ist ich wieder so ein Schlimm, ja, jetzt habe ich schon wieder so ein Schlimm, ach so, ich habe ja ein Schlimm, oh nein, nein, oh, gerade gefangen, ja, wie geil, nein, nein, noch 38, oh, scheiße, oh Gott, oh, das wäre gerade voll spannend, aber bitte stelle ich nicht mal so ein Teil rein, ja, hey, du hast noch einen, du hast noch einen, nein, 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 das war natürlich jetzt blöd, ja, weil ich doch jetzt sofort, äh, der fliegt zu dir, aber da fehlt mir immer der, der getroffen wurde, alter Schwede, ah, Manu, okay, Runde 2, kann doch irgendwie so, auf offensiv und auf, ähm, defensiv stellen oder irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht wie, oh, nein, verdammt, ja, muss ich langsam, scheiße, 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 oh, egal, oh, wenn man ins Feuer geht, wird man langsam, ach du scheiße, okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht, ja, nein, boah, jetzt muss ich aber wieder aufholen, ich kann sagen, jetzt regiert es aber ganz gut für mich, ne, ja, oh, nein, nicht mal lange, jetzt nimmt er das Teil ein, boah, nein, egal, egal, ja, 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 zack, bam, rein damit, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen, und der kommt hoch, ja, 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 mein, mein Schild, mein Schild, und Tor, du bist aufpassen, du verlierst Punkte, ich weiß, zu viele, nein, 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 gib Gas, nein, nein, scheiße, oh, Gott, oh, Gott, das wird so spannend, nein, oh, nein, nein, was mach ich denn jetzt, ja, nein, das ist ein Schild, nein, ja, Tor, 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 nein, scheiße, jetzt hast du nur noch ein Schild, ja, 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 komm, 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 nein, kannst du nicht, nein, kannst du nicht, ja, bitte, nein, 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 das gibt's nicht, alter Schwede, aber mit Siefe noch einmal, boah, alter Falter, jetzt geht's um die Wurscht, oh, sie sind zu spielen, ey, 1,1, boah, mit vier Leuten ist das bestimmt auch voll krass, ja, aber ich glaube auch, man muss es verwirren, weil man dann sein eigenes Champion immer finden muss, ja, das kann sein, warum krieg ich denn eigentlich immer zuerst, das ist uncool, haha, du hast jetzt wieder ein Schild, ach, manno, boom, zack, boah, der war aber richtig kritisch, boom, 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 war das Tor weg, ja, hatte das Schild, zack, boah, die hauen gerade rein, jetzt kommst du wieder, das ist nicht nett, boom, oh, man, man kann sich jetzt auf dem Meer, scheiße, zack, ja, irgendwie kann ich die ganze Zeit springen, aber dann auch wiederum nicht, wow, jetzt bin ich betäugt, ach so, von der Lava, oder, oh, ja, wow, oh weh, also wenn ich das jetzt noch gewinne, weiß ich auch nicht, scheiße, ich wollte eigentlich versuchen, dass du kein Tor schaffst, zu spät, zack, und drin, boah, noch ein bisschen was, wow, nein, ich hab noch sieben, das gibt's doch nicht, du Glückskeks, ja, einnehmen, 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 ja, endlich, oh, nein, das geht gar nicht, das finde ich super nett von dem, scheiße, ich bin beteiligt, danke, Spiele, ich hab mir jetzt so angeguckt, wie das denn so jetzt, also bei den Einstellungen, wie das jetzt so wirklich funktioniert, ich erinnere mich, jetzt hab ich's wirklich, eigentlich kapiert, boah, jetzt krieg ich ja Angst, aha, hier gibt's Wettkampf, ah, wenn man Wettkampf macht, kriegt man wohl so Punkte, mit den Punkten kann man sich dann Drohnen kaufen, irgendwie, aber wenn man jetzt so mit Freunden spielt, dann ist das wohl, ja, freundliches Spiel, ich lade gerade nicht, falls du es schon gemacht hast, ach so, nee, nee, hab noch nicht gemacht, okay, ach jetzt, okay, ich nehm jetzt die Mendelea, 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 oder so, Mendelea, okay, dann spiel ich den mit dem, die ist aber nicht schlecht, die hab ich gerade auch gespielt, ist echt gut, ah, okay, ich bin ja mal gespannt, also ich find die gut zumindest, und neue Tricks gelernt, ein bisschen, ich weiß es auch, wie man solche Attacken machen, mit 1 in 2 kann man verschiedene Attacken noch machen, und wie der war ja schon gesagt, dass die blauen Bälle sind schnell und die goldene Bälle kann man lenken, aber ich weiß nicht, wie man die lenkt, ja, ich hab's aber noch nicht rausgefunden, Frau gegen Frau. Oha! Ah, du gehst n Ball. Oh, Scheiße! Nein! Bam! ich weiß auch nicht ach ich will ausgehen ich weiß jetzt habe ich ein blitz abgekriegt ich weiß nicht wie das geht es verwirrt mich diese blitze ich schieße ganze solche blitze und ich mache nichts ach so bremse ich dich wie machst du das ich weiß auch nicht wie jetzt bin ich auf du warst gerade bei mir wie habe ich das denn jetzt gemacht jetzt schieße ich dich wieder ab ach weil ich 1 zu 2 drücke aber man muss hier auf so viele sachen achten das ist voll heftig und schwer aber weiter ja wahnsinn alle verbündete verdienen 5 prozent viel zu wenig zeit das durchzulesen ja alles geht aber ich glaube man kann es im menü auch durchlesen ich habe gerade 1 zu 1 verstanden ich dachte gerade das ist doch falsch eine mitte nein 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 auch damit saug das ist böse ja 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 da fahr ich schon so schön dann fahr ich hierbei schon so schön ich hab ihn nicht mal berischt auch nein oh nein nein mit der die du gerade spielst mit der mich gerade auch schon gespielt und die ist relativ gut für dich sehr gut sogar nein bitte hör auf damit bitte ja krass kann die das oder was anscheinend schon das ist unmöglich du kriegst immer noch schön ich habe immer so viel pech nein bitte 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 ich 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 Nein, du! Ich war ein Tick schneller. Ich stand da viel länger drin. Ach, Mann. Und dann hast du mich verschwunden. Ey, jetzt hätte ich zweimal gerufen getroffen. Boah! Hey! Aua! Nein! Boah! Du hast mich bewegungsunfähig gemacht. Alter Schwede. Team Rache ist erlöst. Also dieser Ball fliegt noch so in ein... in dieses Ziel. Nicht schlecht. Warte mal, ich verteidige mit Z-Stante-Kart irgendwie sowas? Z- Ich spiel jetzt Korban. Ich muss Korban. Ah, okay. Ja, der ist ziemlich cool. Und du spielst jetzt Ylva? Ja, ich denke mal, ich spiele jetzt Ylva. Ja, die hatte ich noch nicht. Okay. Das sind komische Gestalten. Ein bisschen. Echt cool. Macht schon Bock, auf jeden Fall. Also wir haben auch eben gerade ich und Ylva, wenn es dann noch mehr Charaktere vielleicht irgendwann gibt und noch Maps und so und... Ja, das wird echt ein gutes Spiel. Ja. So. Ich glaube, ich habe den sogar schon mal gespielt, merke ich gerade. Oh, die zwei Sachen. Oh, jetzt bin ich wieder links. Ne, doch nicht. Ey. Ich bin links. Was? Ich wurde halt einfach nur von der anderen Seite angezeigt. Ich wurde halt einfach nur von der anderen Seite angezeigt. Wohl. Nein! Was hat sie denn jetzt gemacht? Ja. Das habe ich gerade gelernt. Das Schild ist geil, ja. Okay, aber so gut kann ich immer doch nicht. Nein! Was mache ich da? Ja. Man kann ja nicht sagen, jeder Meister fällt vom Himmel, ne? Ja, richtig. Wow. Was ist das? Hä? Ach, jetzt schieße ich diese blöden Blitze da. Hä? Ach, das habe ich ja vorhin auch irgendwie gemacht. Oh nein, jetzt wurde ich betäubt. Oh. Nein. Bitte nicht. Und drüber hinweg. Yeah! Ey, du betäubst dich die ganze Zeit damit. Stimmt. Das ist voll böse. Ja, das hatte ich vorhin auch. Hä? Scheiße. Oh, warum mache ich das Schild? Ach, seltsam. Prophylaktisch. Aber zum Angeben. Nein! Scheiße. Ich glaube, der komme ich nicht so gut klar. Ja, und trotzdem hast du diesen Betäubungspfeil. Och, und ich laufe mitten rein. Boah. Ah, mit der komme ich irgendwie gar nicht klar. Ich weiß auch nicht warum. Boah. Ja. Scheiße. Ich verliere. Ich glaube, du bist einfach nur ein bisschen schlecht damit. Weil ich glaube nicht, dass ich besser geworden bin. Doch auch. Hä, lol, warum hat sie nichts gemacht? Zum Glück. Oh nein. Oh nein, das war ein Betäubungsfall genau vor mir. Oh, zack. Nein. Ach, Xarok. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Es wird so langsam echt kritisch. Nein! Bitte. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Boah! Was war das? Oh krass! Was war denn das? Krass! Ja, ein bisschen Blitze, ne? Nein, ich habe das falsch gesagt. Oh mein Gott. Oha, wie spannend. Das ist knapp. Und? Oh mein Gott. Nein! Nein! Boah, ich habe ihn doch gerade gefangen. Ja! Ha! Krass, du hast ihn doch gefangen. Oh, du hast ihn doch gefangen. Ja. Krass. Boah. Wie knapp. Das war echt knapp, ja. Jetzt krieg ich den Ball wieder zuerst zugespielt, weil ich konnte mich grad nicht bewegen. Oh. 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 Oh nein. Jetzt fällt schon wieder so an. Boah. Hä? Warum macht sie diese Blitze? Ja, ich wollte mir jetzt, wenn du blockst, dann kannst du sich halt nicht mehr bewegen, ne? Ja. Oh, jetzt schießt du mich wieder ab. Muss das sein, Sarok. Ja, was anderes kann ich nicht. Na, Mann, ich muss den Pfeil auch noch dabei ausweichen. Und dann schießt du mich ab. Wow. Der kam gemütlich. Stohlen! Boah! Alter! Alter! Ach, jetzt wurde ich auch noch betäubt. Oh. Das ist doch unfair. Oh! Ey, schon wieder! Oh! Oh! Wieso kann ich ja nicht gewinnen? Du auch so spielst. Oh. Alter! Oder. Oh! Und rein damit! Oh! 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 und dann gibt er nur 100 ich habe außerdem gerade einen chat geöffnet jetzt ist es 1 1 also echt spannend ja hatten wir immer die macht aber nicht viel schaden nur so kritisch 140 ist gar nicht weil ich mich vorbei dingsel andere fangen den ball wenn ich das machen die port sich dann das verliere ich jetzt noch das kostet mir auch drei energie ja weil die andere sachen scheiße sind bei ihr das war nicht schlecht jetzt versuche ich um gar nicht mehr zu fangen und das wird knapp ja er gewinnt Nein, du hast mich betont! Boah! Nein damit! Ja! Ja! Oh, das wird so krass! Nein! Oh Gott! Nein! Bitte, bitte lass mich gewinnen! Sturm! Nein! Oh! Nein! Als du den Sturm gefangen hast! Ja! Nein! Das geht's ja nicht! Nein! 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 Er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Er hat gewonnen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Nicht schlecht! Nicht schlecht lieber Sipst! Ich hab's gelernt! Not bad! Not bad! Danke! Ich zieh dir meinen Hut vor dir! Ja! Ich hab leider keinen Auf! Ja, das macht nichts! Ich hab auch keinen Auf, aber es macht auch nichts! Ah, okay! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ja, Wahnsinn! Ja! Und dann könnt ihr euch das mal anschauen! Und sagen, ja, vielleicht doch! Oder vielleicht nein! Oder wie auch immer! Und, äh, also mir hat das Spiel mega, mega, mega gut gefallen! Und ich würde mich freuen, noch mehr Gegner von euch vorfinden zu dürfen! Also, liebe Leute, bis morgen! Ciao, ciao! Ciao! Ciao, ciao!